Waldbrände Touristen in Bibione fliehen ins Meer Mehrere Touristen sind im italienischen Adria-Badort Bibione wegen eines Waldbrandes ins Meer geflohen und wurden dort von der Küstenwache gerettet, in Portugal ist der Pilot eines Löschflugzeugs beim Absturz seiner Maschine ums Leben gekommen. Deutschland und Welt Alle News mit der BR24 App, jetzt installieren. Feuer frisst sich in einem Wald vorwärts. Bildrechte, Victoria Allianz-Zumapress.com Lorenzo Canro 16 Juli 2022, 10 Uhr 48 Uhr Waldbrände Touristen in Bibione fliehen ins Meer Waldbrände Touristen in Bibione fliehen ins Meer Mehrere Touristen sind im italienischen Adria-Badort Bibione wegen eines Waldbrandes ins Meer geflohen und wurden dort von der Küstenwache gerettet, In Portugal ist der Pilot eines Löschflugzeugs beim Absturz seiner Maschine ums Leben gekommen. Von BR24 Redaktion Im norditalienischen Adria-Badort Bibione sind mehrere Menschen wegen eines Waldbrandes ins Meer geflohen und wurden dort von der Küstenwache gerettet, Der Brand brach laut Medienberichten am Freitagnachmittag aus. Bione ist besonders bei deutschen Urlaubern beliebt. Ob auch Deutsche unter den Geretteten waren, konnte die Küstenwache am Samstag auf Nachfrage zunächst nicht bestätigen. Mehrere Feuerwehren und auch ein Löschhubschrauber kämpften gegen die Flammen an der Grenze zwischen den Regionen Venetien und Frioljulisch-Venetien. Am Samstag lief der Einsatz weiter. Behörden hoffen, dass es keine Vermissten gibt. Auf Videos war zu sehen, wie sich die Feuer an den Bäumen hochfraßen und dichter Qualm in den Himmel stieg, der noch aus Kilometer weiter Entfernung zu sehen war. Wir hoffen, dass es nicht in den kommenden Stunden widerrufen wird, aber es sollte keine Vermissten geben, sagte der stellvertretende Bürgermeister von San Michera Alta Kiamento, sowie die E-Ko-Schei-Ton